In den sogenannten dunklen Jahrhunderten, die heißen so, weil die Leute nicht allzu viel über sie wissen, wanderten zahlreiche Menschen auf die griechische Halbinsel ein, um sich dort anzusiedeln. Aufgrund der Landschaft konnte hier allerdings kein Großreich unter einem einzigen Herrscher entstehen. Berge und Meer setzten unseren Vorfahren natürliche Grenzen. Daher lebten wir Griechen zunächst in kleinen, dörflichen Siedlungen. Erst nach und nach entstanden daraus Städte wie Athen, Sparta oder Korinth. Heute gibt es hunderte davon. Wir nennen sie Polis. Jede Polis, auch die kleinste, ist ein selbstständiger Staat. Auch meine Heimatstadt auf Thera. Als ich noch jünger war, kam es dort zu einer langen Dürreperiode. Die Lebensmittel wurden knapp. Also fragten wir die Götter nach Rat und suchten dafür ein Orakel auf. Meist sind die geheimnisvollen Botschaften des Orakels sehr schwer zu entschlüsseln. Wir hatten Glück. Die Götter befahlen uns, eine Kolonie in Libyen zu gründen und uns dort anzusiedeln. Also machten wir uns unter meiner Führung auf den Weg. Und wir hatten Glück. Und wir hatten Glück. Und wir hatten Glück. leyebider 일alschüter Zahl. Wir hatten Glück. Untertitelung des ZDF, 2020